Tja, was soll ich sagen? Willkommen zu einem weiteren Play. Ich spiele SuperTax. Das ist etwas ähnliches wie Super Mario. Ja, das Ganze ist jetzt einfach mal wahr. Ich habe das jetzt mal durch, weil ich da kaputt noch habe. So, soweit es da ist, ist jetzt nichts schweres. Muss nur wissen, wo bestätigen ist. Oh, wie mache ich das? Hallo. Continuiert. Ja. Okay, dann suche ich jetzt mal die Taste. Achso. Sollte vielleicht weitergehen. Okay. Das Ganze ist nur eine von Linus basierter Version. Deswegen auch mit Tax. Ups, bin tot tot. Ich hoffe, das macht mich jetzt groß. Ja. Ich hoffe, das macht mich jetzt groß. Ja. Ey. Ich hoffe, das ist schon ein bisschen ausgemacht, weil es an uns zu laus ist. Hintergrund läuft da natürlich Musik. Ui, eine Feuerpflanze. Okay, dann ein Feuer. Ja. Das ist doch ziemlich genauso wie Mario. Oh, sterb doch. Ups. Tot. Ja. Und ja. Ja. Es wird gerade durch. Und ja. Und ja. Okay, ich glaub von den Zappen muss es aus... Das war eine Basis, ich bin noch drauf geschwungen. Da fängt es schon an, ich fang mich schon direkt an, auf zu... Nee, run! Nee, das wäre nicht das Ziel gewesen, das war schnack ja, run! Ich ziel, okay. Ich hab noch ein Leben, aber ich hab das erste Level geschafft. Tee tee! Fehlt jetzt irgendwie so ein Feuerwerksound? Feuerwerksound? Danke! Oh, tot. Oh, wird tot. Cool, ich hab extra Leben. Nur extra Leben, ich schläb noch. Ui, ja, geschafft. Komm, voll auf Latte. Ja! Voll auf Latte. Habe ich auch mal bekommen. Oh, noch besser. Ach ja, so, das werde ich auch als ein Nebenprojekt einführen. Zwar, ich weiß, gibt es ja irgendwie nur 20 Level oder 30. Also es sollen nicht sehr viele geben, ich sag mal so. Da werde ich mir jetzt auch kein so riesiges Ding hier draus haben. Nur ein bisschen Spaß haben. Denn ein bisschen Spaß muss sein. Bisschen Spaß im Sonnenschein. So, ich spiel jetzt mal nochmal eine typische Technik. Einfach losrennen und hoffen, dass man überlebt. Ups. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich so irgendwas absatz habe. Ich weiß nicht, ob ich so irgendwas absatz habe. Ja, weil ich jetzt richtig verarsche. Ui, ich geh zu ver einzeln genommen. Uff. Uff. We regret to announce that this is not the case. As instead, we come tonight to bring you the sonic recreation of the end of the world. The end of the world. Das ist nicht the end of the world. Das ist nicht the end of the world. Das ist the end of SuperTax. Your color. E-start game. Komm schon, auf dem Flash Metal. Okay, das gefällt mir. Super, und hier ist jetzt ein Sternrad. Oh. Aha. Gut, dann ist das so besser. Okay, fuck it. I like. It's Drum and Bass. What you gonna do? Boom, boom. Woah. Das ist kein Problem mit dir. Nein, nein, nein. Ich bin nicht runtergefallen. Oh, ich starte so ein Glück in der Mitte. Da ist so ein Out-Safe drin. Boom. Seien wir ehrlich. Das ist alles Mario Bart schuld. Go. Ups. Oh Gott, das funktioniert. So. Stellt euch vor, ich würde jetzt auf meinem Stuhl tanzen. So sieht das jetzt aus. Du bist so ein Blatt. 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 Ich hoffe, ich bin damit jetzt nicht überfordert. Ich kann das ja was tun sein. Ja, Level 3 geschafft. Ging auch schnell. Nebenbei bin ich dann am Rendern. Die Herderinger-Teile, die ich jetzt zu Ende aufgenommen habe. Ich muss mich nochmal entschuldigen dafür, dass ich das nicht durchspiele. Also den Rest jetzt nicht noch mache. Aber das sehe ich als nicht wirklich sinnvoll an. So, muss ich hier lang. Und langsam ist mein Kopf jetzt wieder. BAM! BAM! Aha! Das geht dann nah an meinem Leben dran. Kann ich durchaus gebrauchen. Ja, so sieht so aus. Oh, 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 meins. Ja, haben die Nils letztes Sternchen? Oder unten war einer. Ich sag' ups, da war das noch gar nicht geschehen und dann bin ich doch tot. Du die... Komm? Ja! Nein! Ups! Also, ich hab schon eine lange... Überlegens-Schompse. Schompse-Schompse-Schompse-Schompse-Schompse-Schompse-Schompse-Schompse. Wartip Galle, du... Ach, Mann! Nein! Nein, nochmal hörst mir das jetzt nicht an. Das war jetzt der Remix deswegen. Oh, kann man hier rein? Oh, schade. Ja! Ja, bitte. Ja! Boom! Switchback. Boom! 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 Switchback! Switchback! Boom! 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 Oh Nein, das ist nicht so. Ist it what I get? I don't tell you I'm gonna know why to switch back. Ja, das war ein extra Leben. Glaub ich sollte es sein. Ja, ich hab ein extra Leben. Kommt schon komm schon, lass da irgendwo ne Schleischgeschmädte sein. Jetzt müssen wir den ganzen Map von vorne machen, ich habe sonst nichts zu tun. Wo ist ein Sternchen? Ich war im Sternchen. Na, ich mache schon noch Safety. Ich kann das. Seht ihr? Ach, da ist ein großer, macht den nicht sehr gut. Oh, Überforderung pur. Ja. Bomb. Bomb. Nein, nicht. Bomb. Nein, 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 nein. Nein, das ist meine Lehrerin schuld. Ups. Das ist doch sinnlos. Verwisst du euch mal, ne? So, hier weiter, ne? Ne. Unangenehm. Ah, nein. Das war äußerst unintelligent. Egal. Und noch ein Versuch. Ich würde mal sagen, letzter Versuch. Das war's. Also, nächstes Mal, wenn ich auch ein Leben verliere. Na, stopp. Weil, irgendwann brauche ich eine Pause. Dann, Tülü, bis demnächst. Und hofft. Du bist. Tada. Ja, ich bin.